Guten Tag, guten Hallo und herzlich Willkommen heute mal zu Minecraft Endgame Und zwar Wolf Endgame und zwar nicht Wolf Endgame wirklich, sondern Wolf Endgame schon Aber diesmal ist es Gefängnis Endgame bedeutet sozusagen, wir sind alle Wärter Und wer ist jetzt der, äh, keine Ahnung, was ist eigentlich so das Gegenteil von Wärter? Eigentlich ist der so, so, so Wärter, eigentlich sollte der Wärter der Gebäude sein, der Thanos Ja eigentlich, eigentlich müssen die ganzen anderen Gefangenen sein Und keine Ahnung, auf jeden Fall würde ich sagen, was für eine Map spielen wir heute Ich würde sagen, ähm, wir spielen, ach wisst ihr was, mein Lieblingsmap ist Skylands Skylands Weil die, äh, spielen sich ja mit anderen Liebsten und da, ja, dann schau, da drücke ich einfach mal Start Dumm, ey Hier mit einem coolen, äh, Hashtag-Dunstifte-T-Shirt am Start und ich bin der Avenger, weil es ist wieder der Thanos-Modus Ich bin die Wange Ich bin auch ein Avenger, also einer mit den Glassen ist es dann wohl Avenger Ich bin auch ein Avenger Dumm, ey So, zack, oh lol, ich krieg hier richtig, ich krieg hier richtig krasses Zeug Nee, du hast Avenger gesagt Ja, Ronja Ah E-Sport Hm, genau, E-Sportler Ronja ist eine E-Sportlerin Die macht, äh, nämlich, die macht Beats selber Kann man eigentlich Beats selber sagen? Das kann man, das absolut, da gibt's Wettbewerbe, glaub ich Ja, das Ding ist, aber es ist eigentlich, ey, das ist dann wirklich E-Sport, weil du benutzt ja was Elektronisches Und du machst Sport, also ich hab neulich Spiel selber gespielt Oh mein, jeder Sport Also das ist einfach, das ist einfach Sport, du kannst es nicht anders nennen Sag ich doch Das ist einfach nur Ich gehe auch gerne ins Elektronikgeschäft Aber wisst du, was auch wichtig ist? Schach ist ja auch Sport, nein Schach ist kein E-Sport Doch, nein, 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 aber es ist trotzdem Sport Nee, kein E-Sport, aber es ist Sport Es ist, es zählt als Sport Und es gab so einen Typen, das war irgendwie so ein Typ, ich weiß nicht, äh, es gab so einen Typen, das war so ein Oh, wer, wer greift mich an? Der Werther ist nackt Geh auch immer den Nacktskin rein, aber den krieg ich jetzt einfach aus Prinzip und AAAAAAAH Was? Topses finde ich viel unfair Topses ist Random Killer, ich, ich kill, ich kill Wie war das nochmal mit Random King? Hä? Random King? Ich kill Tops, ich kill Topses auch Nein, nein, nein Wirklich Tops, du hast es einmal bei mir gemacht und bist so hart ausgerastet, dass ich auch immer stoppen musste Hä? Ja, ich? Er hat es auch für mich gemacht, aber so Also ich will nicht nur nochmal hinweisen, dass du mich mal Grandom, also ich dich mal Grandom-Kill darf Ja, genau Du hast aber auch, weißt du, ich könnte ja auch einfach mal so später Faserlack den heraufnahmen Umherlaufen, weißt du Was? Mach die Augen zu Lass den auch jetzt drin, ist mir egal Nein, du machst den raus, weil ich dich wieder töten Ich weiß, Lack den vielleicht herumlaufen, wenn ich das will Nein Kannst du ihn noch nicht verwenden? Doch Also Das Leben in einem freien Land Tobias Was? Ja, ja, ist in Ordnung, und ja Ich weiß bescheid Flo, Flo, weißt du doch Piratenschiff Flo, Flo, Piratenschiff Ich sage also, wenn du das gerne machen möchte, kann ich doch niemand sagen Ich sage, wenn du das gerne machen möchte, kann ich doch niemand sagen Ich sage, wenn du das gerne machen möchte, kann ich doch niemand sagen Du, wir leben in einem freien Land Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Wie fändest du das, wenn jemand dich einschränken würde in deiner Freiheit? Tops, das ist schön, Tops Was würdest du sagen, wenn du Akten hier laufen darfst? Flo, Flo Codewort Piratenschiff Genau Übrigens, Enderpellen verboten, das will ich nochmal anmerken jetzt, weil das ist das Spiel crash Ja, ist in Ordnung Ich bin übrigens Thanos Ich werde Tops ist der Erste, der Enderpellen wirft Ja Genau Ich bin nicht der Erste So Wo ist Flo? Und Starcrashman Ja Ey, wenn Tops sich tötet, das ist er Ich hab grad gelogen, ich bin nicht Thanos, ich bin Avenger Ja Jetzt auf einmal Jetzt auf einmal Tops, Flo ist wenigstens ehrlich Ich bin der Ritter der Ohrensicherheit Ich bin's wirklich nicht Hier liegt ein Enderpeller Ja Ah, ich weiß, wo du bist, da hab ich gejoggt Okay Okay, das ist... Wer ist das? Ist das Ronja? Ist das Ronja? Hat Ronja die Glatze? Was? Ich hab keine Glatze, ne Sicher, dass du nur keine Glatze hast? Also ich mein in real life Beckerficher an Ah, Tops, nicht schlagen Es ist Jürgen, es ist Jürgen Jürgen hat mich angegriffen Ich hab ihn einmal geschlagen Äh, Jürgen Tops reibt mir nach Nein Bitte helfen, wo Flo, also bitte sagen wo Flo ist, damit ich äh Ich bin es nicht Ihm helfen kann Es ist, es ist Tops Nein Es ist safe, Tops Es ist Tops Ich bin es nicht, ich schwör Es ist Tops Ich bin es nicht, ich bin es nicht Ja, Ronja, du bist das Ich bin, äh Du siehst du jetzt Wo bist du? Wo bist du? Ich hab's unauffällig Mhm Ja Jürgen wollte mich grad runterschlagen Mhm Nur so nebenbei erwähnen Besser, 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 besser Besser, besser 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 Was kann der Niedronja machen? Ich glaub schon oft runtergeführt Ich darf suche Tops Entweder Flo oder Ronja Es ist Tops Aua Es ist Tops Hallo Flo Hä? Es ist einfach Flo getötet Hä? Es ist einfach Flo getötet Es ist Tops 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 Hier, Kaffeele. Hier, Kaffeele. Hier, Kaffeele. Hä? Nice. Äh, danke. Hä, ist das nicht, Hubs? Nein. Oh, oh. Oh, oh. Warte mal. Ich muss mir eh noch was kaufen. Ich hab leider nicht genug für die ganzen Steine, das ist ein bisschen schade. Ich hab drei Herzen. Du hast drei Herzen? Ja. Wissen du? Ja. Mhm. Julian, guck mal, eins gegen eins. Ich hab drei Herzen. Faires eins gegen eins beim Wolfssuche. Ich schwimme jetzt den Brunnen hoch. Wo ist denn der Brunnen? Ah, da. Wollen wir da hochschwimmen? Für das ist es. Julian, wo bist du? Ich hab's iPad. Julian! Oh nein. Ich bin beim Brunnen. Ja, wo ist denn der Brunnen? Am Spawn. Am Spawn. Ja, da warst du nicht. Da warst du nicht. So, ich bin beim Brunnen. Oh ja, okay. Oh nein. Du bist schnell. Das finde ich nicht gut. Oh nein. Du bist schnell. Das finde ich nicht gut. Ich hab's mal nachmachen. Nenn ich den Schreinig dabei. Wer, wer, wer hat mich? Irgendwie hab ich das Gefühl, immer wenn ich irgendwen schlage, ist das immer Toast. Dann lass ich's mal noch mal durchgehen. Okay, dann. Danke. Sobald ich ihn sehe. Ja, ja. Ihr habt Toast fast runtergeschlagen gerade. Er ist bei dem Haus. Ein Haas. Bei dem Brunnen. Ich hab's. 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 Komm her, lass mich sammeln. Nein. 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 warum regnet es nicht so laut also hat schon ein wetter wetter klären also ich kläre mir meistens das wetter bevor ich mir was machen wir was wo wer ist ich wieder belebte ich brauche noch eisen doch 18 18 ja was willst du mit der ich habe einen eisenschwert gehabt aber egal ich habe ich schlafe im unterricht ja das kann ich mir vorstellen kannst du wirklich früher gemacht noch vier minuten ich bin relativ unterschiedlich also kommt also ja so 26 bis 37 pro tag ja manchmal schlafe ich einfach gar nicht ein lehrer in der schule sagen wir so wie viel zeit verbringt verbringt ihr durchschnittlich am handy ich sag so gar nichts weil ich am pc hoch ja ganz ehrlich wir benutzen handy wenn man einen pc hat also ich habe schon ausprobiert da der auf die schule kommt oder wer ist das nie noch keine ahnung ich weiß es nicht müsste aufpassen ich bin ich bin nein 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 das ist juan jürgen ist das ist jetzt hier ist es ja wer wird ausserster ist das wer ist das wäre so wie das geht okay gut wenn du seid ihr na okay ich vertraue ok jürgen hat voll nämlich auch auf mich geschossen einfach ignoriert ihr heute nicht zu ja es ist probiert ja ich habe ich habe gesagt ja jürgen schießt auf mich also als einer schießt auf mich ja es ist einfach von flog gestorben oder nein dann wurde ich wiederbelebt damit jemand auf mich geschossen dann er wäre auch immer tanus ist heim so wenn es ja genau eigentlich eigentlich will ich gewinnen weil ich es verdient habe weil es ist einfach ja ja ich glaube ich habe ich geschlagen habe ich geschlagen ich habe mir jetzt geschenke wisst ihr wieso weil ich keine freunde habe mit den ich als bringt sie eigentlich den zernstein sein stellen bringt sich der zeit steigen mehr zeit das ist das ist aber wirklich blöd das leider immer so ich glaube ich gibt jetzt alle meine schädel rubies dann hat sich jemand den dronja skin rein gemacht gerade ich glaube es war floh ich hab's nicht ich habe das war kein gutes geschenk ihr wisst schon dass ihr ziemlich schlecht sei vor allem du floh du bist eine schlimme so ob so bist so tobias wo bist du er werde eben ich hatte auch eben jemand geschossen schlechter weg ich weiß der war abgrund die fläche ich habe ich weiß zwar wird reden jetzt alle auf einmal wenn man den weg macht dann rede wenigstens einer nicht mehr als nur wenn er der tod ist ich habe zu skippen es nicht wäre mir das nix ist wenn wir tubs ok tubs kann ich nur wiederbeleben ich habe ein spiel bekommen wir werden kino über ein kino jetzt wenn ich werde ich doch ab ich sage schon die ganze zeit dass sie hören es ist aber euch interessiert es nicht so ja es gibt mehr als nur ja ja was soll ich denn machen wenn du das ist natürlich ich habe kein item es gab wo ist das schnippel er kommt das war kein schnippel das war so eine ding so eine waffe ja genau so jetzt müsste ich nur kurz gucken ich bin hier der werter ich muss hier sagen mit kamen mit kamen mit kamen mit kamen mit kamen ich habe angst dass ich gleich falle lieber scheinbar jubiläderhosen ich kann mir auch vorstellen dass von ja so generell bei jump runs also real life auch verkacken würde das denn jetzt heißt ja dass du keine ahnung so parkour könnte ich mit tubs weiß nicht wie man jumpruns ausschreibt ich bin wirklich gut auch in real life ja wenn man zu lehrt oder so viel würde ich noch besser sind mein kopf muss ich was ja es ist nicht dass die leute besorgt stehen bleiben und sich fragen was tut der da hat der schmerzen warum leistung seit fünf minuten am boden soll das so liegen das stimmt gar nicht ist das gute dass der knochen so angewinkelt ist ihr wart ja hier auf dieser komischen hipfburg oder so hipfburg ja nicht hipfburg sondern hipfpark nennt man das so hipfpark leute ich habe fast runtergeflogen gott ich will euch ja jetzt irgendwie nix sagen aber ich brauche euch hilfe ich meine geistige hilfe die brauche ich auch aber ja die brauchst du definitiv das wollen wir gar nicht mehr abschreiten ich schmelze jetzt gold ja wie soll ich das beschreiben also hier ist stein und hier ist kein weg nach oben bis bei dem dings unten bei dem das wäre vom vorteil aber ich wüsst nicht wie du die kippst wo seid ihr denn sagt man wo genau du bist weil die beschreibung hier ist stein und hier ist kein weg nach oben okay ich schreibe ich schreibe dir wo ich bin ah ja ich glaube und er kann diese koordinaten nicht lesen da bin ich nicht so schwer da war da war ich auch schon mal warte hast du einmal ja habe ich auch da warte ich war noch irgendwie paar emeralds da kann ich dir einen schlag ne gut schlag schon einmal ja ich kann randomizer machen vielleicht wäre ich könnte ich kann kann ich kaufen ich bin doch dann aus aber ich kann nichts machen also entscheid die lange runde ich werde aber ich kann nichts kaufen ach ja flor hast du das wirklich im rollst du machst jetzt nicht zeit stein floh du hast nicht mehr genügend geld für zeit stein oder hast du hast du geliebt weißt du was wird einfach wo werde ich da einfach ich glaube ich werde einfach so du stehst ja noch mal ja ich sehe dich da hingekommen von hier das kannst du schaffen kein aim ey nein bist du komm ich habe nur eine ich habe nur eine enderpelle du kannst hier irgendwie ich kann nicht versuchen ich kann nur eine ich habe nur einen versuch au ich kann nicht zurück ich komme nicht hoch es funktioniert hey 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 halt stopp auf was dann also 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 bleibt stehen sonst krieg ich dich also wenn du jetzt nicht dreimal jodeln ist cool sagt kirch dich das ist keine erpressung das ist das erpressung das ist keine erpressung oh da bist du ja oh ok so weit kommen wir nicht rüber oder sag es sag es tobias tobias sag es und der wolfsucher kommt man da runter ich weiß nicht du bist kein wolf das ist hellrp ich gilt trotzdem ja aber du hast floh abgeschossen und mich ja weil es stimmt wirklich lo dahin in der ecke steht und du ihn aber nicht probierst zu töten wo bist du hin er sich tv was habe ich denn getan dass du mich töten willst du bist da und was hast du für beweise meine kamera ich meine kamera ich würde gerne helfen aber ich weiß du es ist ich habe mir richtig geile äh 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 es ist es ist es ist es ist warum kann ich den nicht schlagen hör auf hör auf ich bin äh wer auch immer dann wollte es bitte aktiviert den ähm 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 äh 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 ich 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 du bist reinsteigen da ist keine werf okay also ich habe jetzt zwei steine ja so ein bisschen was auch hier bei mir ist immer noch stand bitte kam guck ja ja topst ، also die kamera die ist nicht ausgelegt solche prachtvolle kreaturen wiedש habe ich angegriffen ich bin kein tannis ob es ist tot oder das nicht reden top das sind die regeln ich bin ein schaf deswegen werde ich jetzt wiederbeleben hat sich wieder verabschiedet da bin ich wieder jetzt hat sich meine kamera schon schon zweit mal verabschiedet mit einem geilen standbild tobias wo bist du ich glaube ich muss einfach wirklich töten es ist aber ich bin der jodler das ist mir einfach egal dann ist es eben deshalb die mega dieses weg ihr müsst ihnen von top sein gesicht machen ja genau von dem stampen ja das standbild ist einfach das allerbeste ich habe wirklich so richtig meinst du wirf mts bild danke danke meinst du wie in echt ich meine neun in game klappt es ist so ich will esmeraldo esmeraldo ja da hier das sagt was macht ihr gerade ich allo ten ich war gerade ja ich mache es selber einen spaß ich bin ja wohl sagt wie wird niemand ist einfach ich nehme gerade ein schönes langes bad hier bist du bist du bist du bist du bist so er ist hundertprozentig beim server ich kenne den vorstand aber ich gucke gerade so nach rechts dass ich so das vorschau bitte nicht sehr einfach mein gesicht weiß ich einfach so ich weiß nicht ich habe das auf einmal das bedürfnis jemanden von euch zu töten weil doch ich weiß dann doch sie ist da noch alle trotz aber doch ist sie auch gerecht sein es haben mich leute angeschrieben das ist einfach kacke finden wie ihr die ganze zeit nur auf immer auf den auf ja du mal du machst genau dasselbe kann hier geht immer nur geht immer nur geht immer nur auf den coolsten weißt du das bin ich ist entweder julian oder top system hundertprozentig bin aber ich kann es nicht ganz das war jetzt für mich für wolf lasst ein like und abo da und ciao und